Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute werden wir meine Figuren upgraden, die ich noch nicht auf Level 80 habe, um mir überall die maximale Menge an Schicksal zu holen und falls ich die Figuren irgendwann mal für irgendwas benutzen will, dass sie einsatzbereit sind. Weil wenn eine Figur auf Level 80 aufgestiegen ist, also Level 80 und aufgestiegen, ist sie in Anführungszeichen an ihrem stärksten Punkt angekommen. Klar geht es dann noch bis Level 90, aber 80 bis 90 nach dem Aufstieg bringt nicht mehr so extrem viel und wenn man die Figuren nur für ein Event zum Beispiel oder für eine Kombo mal braucht, dann reicht es eigentlich, wenn sie Level 80 ist meiner Meinung nach. Dafür kriegt man natürlich kein Schicksal mehr. Schicksal kriegt man schon für Level 70, aber wenn ich mir schon mal die Mühe mache, alle meine Figuren auf 70 zu bringen, dann kann ich sie auch auf 80 bringen, weil wie schon gesagt, wenn ich sie dann doch mal brauche, dann sind sie alle Level 70 und nicht 80. Wäre das einfach nur nervig und deswegen machen wir das heute auch. Und ja, ich hoffe, ich habe genug Ressourcen dafür. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, wobei ich hier noch ganz klar sagen muss, wir fangen tatsächlich nur an damit. Also ich weiß, dass ich für manche Figuren die nötigen Ressourcen noch nicht fertig gesammelt habe, die werde ich mir nach und nach noch besorgen, aber es sind so viele Charakter mittlerweile, so viele Figuren, die mir noch fehlen, dass ich einfach mal ein bisschen was fertig machen will sozusagen, damit wir hier einen besseren Überblick haben, was noch fehlt. Und dadurch, dass ja auch immer wieder eine Figur neu hinzukommt, kommt halt, wie gesagt, auch immer noch was Neues hinzu. Genau, Lisa Level 80. Also bis jetzt haben wir quasi noch kein Schicksal verdient. Es läuft also sehr gut. Hier kriegen wir auch kein Schicksal mehr. Also das sind jetzt die Figuren, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die nötigen Materialien fertig gefarmt habe. Wir kommen jetzt aber gleich in den Bereich, wo ich mir dann nicht mehr so sicher bin. Genau, Nahida, da habe ich glaube ich noch nicht genug. Oder wobei? Ja, da fehlen mir hier die Dinger, aber was brauchen wir da insgesamt? 36 von den blauen? Na, sieht schlecht aus. 36 von diesen blauen Pilzdingern. Können wir mal gucken zum Aufstieg von Figuren. von diesen blauen Pilzdingern. Von diesen hier, ne? Ah, die grünen kann ich nicht mal herstellen, ja. Ne, das heißt, Nahida machen wir noch nicht. Ist aber kein Problem. Bei Nahida wollte ich sowieso in einem Extra-Video machen. Stimmt. Ähm, weil wir da auch ihre Talente und so poschen werden. Genau, hier sieht es gut aus. Äh, Ningguang können wir fertig machen. Und nicht nur das. Sie ist erst Level 60. Das heißt, hier kriegen wir auch tatsächlich Schicksal. Und warum ist das Schicksal wichtig? Ähm, also einerseits ist es ein Tipp auch für Leute, die vielleicht schon länger spielen. Also für Anfänger ist es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich ein guter Tipp. Ähm, deswegen wirklich nur für Leute, die das noch nicht gemacht haben sollten und aber schon länger spielen. Ihr könnt ihr halt für den Figurenaufstieg, äh, pro Figur insgesamt dreimal dieses vorbestimmte Schicksal bekommen. Und der Vorteil davon ist halt, vorbestimmtes Schicksal ist ziemlich selten. Bekommt man eigentlich hauptsächlich aus dem Erlebnispass und durch die monatlichen Resets im Shop. Also das sind eigentlich so die Hauptquellen für, ähm, vorbestimmtes Schicksal. So im laufenden Spielbetrieb. Wenn man schon höchstes Level und so erreicht hat, dann kommt da eigentlich nicht mehr oft noch eine Möglichkeit, wie man, ähm, an Schicksal kommt. Jetzt muss man kurz rechnen. 105, 135. Okay, das sieht gut aus. Hier müsste man auch fertig machen können. Ähm, und klar, es sind vorbestimmte Schicksale. Das heißt, man kann damit nur Standardgebete ausführen. Das ist natürlich jetzt an und für sich nicht so geil. Aber warum das trotzdem für mich zumindest relevant ist, ist, weil man aus dem Standardgebiet ja trotzdem, ähm, Sternenglanz bekommt. Fünf Sterne-Waffen kann man aus dem Standardgebiet bekommen. Gute, zum Beispiel Wolfsgrab, ist eine sehr gute Waffe, die man aus dem Standardgebiet bekommen kann. Ähm, gut, die Fünf-Sterne-Figuren tatsächlich bin ich jetzt persönlich auch nicht so ultra interessiert dran. Aber auch Vier-Sterne-Figuren kann man ja bekommen. Ähm, und ja, einfach generell viele Objekte, viele Figuren, Waffen, wie gesagt, Sternenglanz und so weiter. Also hat schon für mich eigentlich auf jeden Fall Vorteile. Und man muss ja wirklich sagen, das Schicksal liegt hier quasi einfach nur und wartet auf einen. Man kann sich jederzeit abholen. Das Einzige, in Anführungszeichen, was man nur machen muss, ist eben die Figuren aufsteigen lassen, was natürlich nicht nur ist. Also es erfordert extrem viel Farmen, extrem viel Mora, extrem viele, ähm, Fähigkeitsbücher, extrem viele, ähm, EP-Bücher. Und ja, das ist natürlich die Schwierigkeit dabei, aber okay, hier sind wir noch nicht ready. Hier fehlt noch ein Material. Hier sind wir auch noch nicht ready. Das sind jetzt die Figuren, die noch nicht so lange draußen sind. Ganyu sieht gut aus. Ganyu können wir fertig machen. Hier kriegen wir sogar, hier kriegen wir sogar zweimal Schicksal. Also für Figuren, die jetzt hier nach Ganyu kommen, kriegen wir sogar zweimal das vorbestimmte Schicksal. Weil wir sie erst zweimal haben aufsteigen lassen. Genau. Ja, und wie gesagt, also ich finde schon, dass sich das lohnt. Außerdem bin ich persönlich ja free to play. Das heißt, ich gebe kein Geld für das Spiel aus. Ähm, einfach nur, weil ich persönlich den Sinn nicht wirklich dahinter sehe. Weil, wenn man sich anguckt, was man wirklich für Genshin Impact ausgeben müsste, um in Anführungszeichen perfekte Figuren zu haben, perfekte Waffen. Also da kann man nur mit dem Kopf schütteln, ganz ehrlich. Und für mich dann halt der Unterschied zwischen C1 und C2 bei einer Figur so minimal ist, was natürlich an für sich nicht so ganz stimmt. Weil bei Yomiya zum Beispiel, da ist glaube ich C2. Und bei Hu Tao ist glaube ich auch C2. Wo man extreme Vorteile hat schon. Also allein, wo man schon sagen kann, okay, C2 lohnt sich schon extrem. Kann schon sein. Aber für mich persönlich, ich meine, wenn, dann will ich schon ganz, sozusagen. Also wenn, dann will ich schon wirklich perfekt sein oder halt die Figur perfekt machen. Und das sind aber solche Unmengen an Summen, und generell dieses Gacha-System mit dem Glück haben, dass du überhaupt das bekommst, was du willst. Also du gibst Geld aus und dann hast du nicht mal die Garantie, dass du etwas bekommst. Das finde ich jetzt einfach persönlich für mich kein gutes System. Und ja, von dem her habe ich da schon vor langer Zeit gegen sowas gestellt. Also wo ich persönlich quasi sage, das will ich mit meinem Geld nicht finanzieren. Und hier müssen wir mal schauen. 105, 135, 155 tatsächlich. Okay, haben wir genug. Ho, aber ganz knapp. Ja, wie gesagt, ich habe mittlerweile ein bisschen Überblick verloren, weil es mittlerweile so viele Figuren sind, dass ich schon gar nicht mehr weiß, welche Ressourcen brauche ich überhaupt. Also es ist wirklich heftig, weil ich so viele Figuren nicht gelevelt habe, wie ihr seht. Das sind echt einige mittlerweile. Und ja, es ist auch einfach leichter, wenn du nicht mehr 20, 25 Figuren hast, sondern noch 5 oder 6, dann ist es viel leichter, viel klarer. Okay, was farme ich heute mal? Oder heute habe ich mal 10 Minuten Zeit? Was hole ich mir für Ressourcen in der Zeit? Das ist dann einfach klarer. Oder auch mit anderen Sachen. Genau. Wobei, jetzt sagt er hier, oh, wait, what? Der leuchtende Nektar? Moment, aber habe ich das nicht gerade angeschaut? Da hatten wir doch genug. Das war wahrscheinlich vor dem ersten Aufstieg. Leuchtender Nektar. Na, okay, können wir einiges herstellen. Okay. Hoffen wir mal, dass ich mich da nicht nochmal vertue. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Bei Keqing. Genau. Okay, das habe ich nicht gesehen. Schauen wir mal. Ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich auch tatsächlich die Talentbücher, äh, die EP-Bücher ausgehen, weil wir haben jetzt glaube ich schon 700 verbraucht oder so. Und wir sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Also könnte sogar sein, dass ich selbst, wenn ich jetzt alle Ressourcen hätte, also alle lokalen Spezialitäten oder lokalen Besonderheiten, wie zum Beispiel die Call-A-Pies, selbst wenn ich das alles hätte, würden mir tatsächlich wahrscheinlich die Ressourcen ausgehen. Und Mora haben wir, glaube ich, auch schon 5 Millionen verbraucht. Also es ist echt krass, wie vier Ressourcen hier wirklich in eine Figur gehen. Aber natürlich, wenn man so viele Figuren am Stück macht, wie vier Ressourcen das dann wirklich frisst, das ist natürlich auch ziemlich krass. Andererseits, man braucht halt für nichts in diesem Spiel 30 Millionen Mora. Also 30 Millionen Mora jederzeit parat zu haben, ist cool, sag ich mal. Also ist nicht schlecht, weil es kann eigentlich nie was passieren. Also es kann nie die Situation aufkommen, dass du quasi nicht genug Mora hast. Das ist natürlich ein gutes Gefühl an für sich. Aber zeitgleich, wirklich was bringt, tut es dir auch nichts, weil es wird niemals irgendwas 30 Millionen kosten. Also ich weiß nicht, was man braucht, um einen perfekten Charakter zu machen. Also alle Talente auf 10, das ist das teuerste, glaube ich, Talente von 0 auf 10. Das frisst, glaube ich, das meiste Mora. Aber ich glaube, selbst dafür bräuchte man nur so zwischen 10 und 20 Millionen. Also ja, ich habe ein gutes Polster und wie gesagt, ich mache halt eh nichts damit. Die Figuren, die ich wirklich aktiv spiele, mit denen passiert nichts mehr. Die sind fertig gelevelt und so. Deswegen kann ich in Anführungszeichen meine Ressourcen halt für sowas ausgeben. Weil ja, was soll ich sonst damit machen? Mein 100 Millionen Mora auf der Bank zu haben, wäre nicht schlecht. Also auf der Bank, also in der Tasche zu haben, wäre nicht schlecht. Aber am Ende des Tages, was bringt es dir? Und wie gesagt, ich freue mich schon auf dieses Schicksal, weil ich... Achso, was ich vorhin gleich noch nicht gesagt habe, ist, ich liebe es einfach trotzdem zu beten. Also obwohl ich Free-to-Play bin, mag ich trotzdem an und für sich so, naja, die Chance halt zu haben, Glück zu haben. Meistens ist es natürlich so, dass wenn man jetzt 70, 80 Wünsche raushaut, man kein Glück hat. Keine Frage. Aber es ist halt trotzdem immer wieder was Aufregendes, trotzdem eben, weil man es vor allem als Free-to-Play eben so selten macht. Also für Charakter beten, für Charakter wünschen. Das passiert halt so selten, dass man das macht, dass es halt dann irgendwie trotzdem auch irgendwie ein bisschen Spaß macht. Aber du sparst monatelang deinen Schicksal an, du sparst monatelang deinen Urgestein an. Das heißt, es ist etwas, was wirklich pro Jahr, so traurig das auch klingt, nur ein paar Mal passiert, das du wirklich für Charakter wünschst. Und allen schon deswegen ist es echt ganz cool. Tatsächlich habe ich ja gar nicht geguckt, ob wir genügend Ressourcen haben. Ja, nicht ganz, nicht ganz genug ohne Kabuto, da war ich noch nicht ganz fertig, okay. Ah, hier werden wir wahrscheinlich die Gespenster, naja, da habe ich nicht genug Gespenster-Dinger. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir den Lotus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dory. Dory, Dory, oh, das war ein Miss-Click. Interessant wäre jetzt noch gewesen, bevor ich das Video angefangen habe, wäre jetzt noch interessant gewesen, wie viele Charakter ich insgesamt noch nicht gepusht habe und wie viele wir jetzt fertig pushen. Aber dadurch, dass ich jetzt ja nochmal einen Cut mache, ähm, naja, ich weiß nicht, wann ich das Video hier jemals hochladen werde. Aber ich hatte mir jetzt schon eigentlich gehofft, er hofft, besser gesagt, das vielleicht dieses Jahr noch fertig zu kriegen. Also 2022 ist in zwei Wochen vorbei. Aber kann ich halt nicht garantieren, weil diese lokalen Spezialitäten, lokalen Besonderheiten, ähm, die brauchen ja auch Respawn-Zeit. Gut, die meisten davon kann man relativ viele Farmen, also wenn man da einmal loszieht, kriegt man meistens 60 plus oder so. Das heißt, man muss maximal eine Woche warten, bis man es fertig hat, wenn man es wirklich null hätte. Ähm, aber wie gesagt, also, muss mal schauen, ob ich mich da wirklich zu aufraffen kann. Weil das Problem ist halt momentan, ist Genshin Impact echt krass. Also vor allem die Events. Eigentlich war es immer so, dass fast durchgehend irgendein Event läuft oder halt alle paar Tage ein neues Event startet und so. Aber gefühlt haben sie es doch nochmal ein bisschen erhöht. Also seit dem Update, seit dem dritten Update, haben sie es, ähm, nach meinem Gefühl nach nochmal erhöht, was sie wirklich an Aktionen raushauen. Teilweise überschneiden sich drei Aktionen, plus natürlich die ganzen Web-Aktionen, zusätzlichen Aktionen, die Umfragen und so weiter und so fort. Ich meine, vieles davon frisst nur fünf Minuten am Tag, aber halt ohne Unterbrechung. Also das ist halt quasi selten ein Tag, wo du gar nichts machst oder so. Und das ist halt das, was ich meinte, das war halt früher, glaube ich, schon ein bisschen anders. Also ich glaube, früher war es schon weniger. Ähm, zumindest meine ich das. Vielleicht ist es auch wirklich falsche Erinnerung, also dass ich mich da wirklich falsch dran erinnere. Aber, ja, momentan ist es wirklich, wie gesagt, echt heftig. Also man hat eigentlich nie nichts zu tun und kommt nur selten wirklich dazu, mal Sachen nachzuholen, die man, ähm, machen wollte. Und das macht es halt noch schwieriger, Content nachzuholen, den man sozusagen verpasst hat. Aber gut, jetzt sind wir hier eigentlich fast fertig. Leuchtpilze, sieht gut aus, 168 braucht man übrigens immer. Also von diesem, ähm, besonderen Material, also regionale Besonderheiten sind das, äh, wie Collapis zum Beispiel und so. Ähm, davon braucht man immer 168, wenn ihr einen Charakter pushen wollt, maximal. Ein ganz guter Richtwert. Das ist doch auf jeden Fall genug. Ja, aber so langsam, 26 Millionen Moral noch. Schon krass, weil man bedenkt, dass das vor ein paar Minuten noch 8 Millionen mehr war. Aber ich finde halt wirklich, also die Aktionen und so sind wirklich so großzügig. Das einzige, was halt natürlich extrem umgeizt, ist natürlich Urgestein. Wobei letztens hat man einfach so 800 Urgestein bekommen. Ähm, dafür, dass die bei dem Gaming Awards oder E-Sport Awards oder was auch immer das war, äh, dass sie da irgendwie irgendeinen Preis gewonnen haben oder so. Sowas interessiert mich persönlich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben, weil... Das finde ich eigentlich jetzt ganz funny. Ist so ähnlich wie den Oscars. Also die Oscars werden ja auch immer unbeliebter und, äh, unpopulärer und so. Ich meine dieses, oder die letzten Oscars waren ja eigentlich nur im Gespräch wegen dem Boy Smith-Dingens-Drama, das sich da unfolded hat. Also wenn das nicht passiert, wäre jetzt wahrscheinlich die meisten Menschen nicht interessiert. Ähm, aber grundsätzlich ist das halt etwas, ich meine, wenn ich persönlich jetzt Genshin Impact gerne spiele und dann sagen aber die, ich weiß nicht, das Bewertungskomitee von irgendeiner Awardshow zum Beispiel, das Spiel ist Müll, äh, das Spiel kann keinen Spaß machen, objektiv, ja, weil es einfach schlechte Systeme hat oder irgendwie so, dann ist mir das doch vollkommen egal, dass die das sagen. Ich meine, selbst wenn die jetzt sagen, das Spiel, was ich gerne spiele, zum Beispiel Genshin Impact, ist das schlechteste Spiel, was ich jemals gesehen habe, äh, das ist Müll. Ja, schön für euch, aber es interessiert auch mich nicht. Also ich meine, ob die jetzt einen Award gewinnen oder nicht, darauf wollte ich im Endeffekt hinaus, das ist mir doch vollkommen egal, ja. Und wenn mir das Spiel Spaß macht, wenn ich es gerne spiele, ist mir das vollkommen Wurst, was irgendjemand anders denkt, ob das Spiel Müll ist oder nicht. Genau, das ist ja das Schöne dran. So, Albedo haben wir, glaube ich, auch. Nein, haben wir nicht, hier fehlen mir zwei Cecilias, aber die könnte ich mir schnell holen, das wäre jetzt nicht das Problem. Candice haben wir nicht genug. Ja gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, machen wir hier einen Cut, das passt eigentlich perfekt. Ähm, warte, ich mache nochmal kurz zu, damit wir neu geordnet sind. Dann können wir mal zehn, was uns jetzt noch fehlt, also ab Nahida im Endeffekt müssten drei, sechs, acht. Acht Stück fehlen uns noch und gut, Albedo haben wir eigentlich, also eigentlich nur sieben. Candice haben wir auch fast, wie wir gerade gesehen haben. Also ihr seht, es fehlt eigentlich nur noch ein bisschen an den regionalen Besonderheiten. Regionale Besonderheiten in der Summa, da muss ich noch ein bisschen farmen. Die Boss-Materialien, die müsste ich eigentlich durchgehend nahezu alle haben. Genau, also eigentlich ist es wirklich nur noch die regionalen Besonderheiten ein bisschen farmen. Fähigkeits-, äh, Talent-EP-Bücher mache ich natürlich, sollten auch noch reichen. Wird zwar wahrscheinlich relativ knapp, aber sollten auch noch reichen. Und Mora reicht dicke. Da haben wir wahrscheinlich immer noch knapp 20 Millionen oder hätten wir noch übrig. Aber ich muss jetzt erstmal noch die regionalen Besonderheiten besorgen. Und dann können wir ja fertig machen. Und dann können wir fett wünschen, weil ich glaube, wir haben jetzt schon genügend Wünsche. Naja, 49, noch nicht genau, für die nächsten 5-Sterne-Helden aus dem Standard-Gebet. Aber spätestens werden wir uns die ganzen Schicksale hier noch holen. Äh, wir sind jetzt ja pro Charakter mindestens ein bis zwei. Bei manchen sogar drei. Das sollte dann eigentlich locker reichen. Und ja, dann sage ich danke euch. Äh, nein, sage ich noch nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's mit dem Upgrading. Heizo und Albedo sind jetzt dran. Nächste in der Reihenfolge. Ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ich habe auch nicht wirklich gefarmt. Ich komme nicht wirklich dazu. Also für Materialien. Weil mir hat echt nicht viel fehlt. Also es ist echt überschaubar eigentlich. Es sind halt ein paar Sachen, die man einfach mal farmen müsste. Und das wär's. Aber, ja, wie gesagt, ich komme nicht dazu. Aber die Onikabu-Tor habe ich jetzt zusammen bekommen. Und bei Albedo haben eh nur zwei Cecilia gefehlt. Die zu bekommen geht halt ultra schnell. Die habe ich mir jetzt schnell geholt. Und ich brauche tatsächlich noch über 20 Wünsche, um den nächsten garantierten 5 Sterne aus dem Standard-Banner zu holen. Also wir müssten wirklich jeden Charakter fertig machen. Und selbst dann hätten wir wahrscheinlich nicht genügend Wünsche. Dann würden immer noch ein paar fehlen. Deswegen ist die Motivation wahrscheinlich auch nicht so hoch. Weil selbst wenn ich jetzt machen würde, ja, können wir nicht wünschen. Beziehungsweise kriege ich keinen 5 Sterne-Held. Garantiert. Und das war ja der eigentliche Hintergrund von dem Ganzen. So, fertig. Level 80. Na genau, dann können wir uns hier die zwei Dinger holen. Zack, zack. Dann Albedo. Hat er ja gerade auch mit einer Cecilia rumgefuchtet. Oder kam mir das gerade nur so vor? Na ja, passt ja. Machen wir mal bis 1000 deines Helden Weisheiten. Danach benutze ich mal die anderen Sachen. Falls wir überhaupt noch so viel brauchen. Oder ich benutze gleich mal die anderen Sachen. Damit man einen besseren Überblick hat, wie viel Materialien man noch so hat. Boah, 116 kostet's. Na, schon teuer. Ja, ich werde natürlich immer genug haben, um jederzeit einen Charakter pushen zu können. Falls Bedarf besteht. Machen wir mal hier. Uh, das wird viel. Oh. Das wird teuer. Was, 1000? Na, 800, 900 sowas. Und das nur für 10 Level. Wow. Das ist krass. Okay. Zack. Und Aufstieg. Und jetzt droppen wir unter 1000, glaube ich. Na, nicht ganz. Ähm. Und fertig. Noch zwei Charakter in der Sammlung, die ihre maximale Aufstiegsstufe erreicht haben. Sehr schön. Jetzt fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist überschaubar. Weiter geht's mit Candice. Ähm. Ich bin kurz davor, es bei einem Charakter netz abzuschließen. Für heute, also für jetzt besser gesagt. Ihr seht das ja eher. Das ist ein Video. Erstmal nur Candice. Damit es einfach ein bisschen übersichtlicher wird. Danach habe ich dann noch 5 Figuren übrig. Und wenn ich mich nicht komplett verschätzt habe, müsste das dann auch genau reichen. Zumindest mit dem neuen Erlebnispass noch, der aktuell läuft. Wo man ja auch für jedes 10. Level immer noch einen Wunsch bekommt. Für Standardbanner. Müsste das dann reichen. Das wird ja auf jeden Fall 1, 5 Sterne Helden aus dem Standardbanner wieder bekommen. Einen garantierten. Und außerdem natürlich auch sehr viel Sternenglanz für die verwobenen Schicksalswünsche sammeln können. Ihr seht schon, meine 1,5 Helden Weisheit ist ganz schön runtergegangen. Aber dafür haben wir von den schlechten Fähigkeitsbüchern wieder extrem viele bekommen. Wow. Das sind echt extrem viele. Von den mittleren mal ein paar wegballern, oder? Würde ich sagen. Zack. Und hier, wo wir 3000 Stücke haben, da können mal einige weg, würde ich sagen. 170. Na gut, so viel sind das tatsächlich gar nicht. Jetzt seid ihr mal immer noch so seltsam, dass du, wenn du eine Figur von 0 auf Full pusht, dass dann da EP verloren geht. Das verstehe ich einfach nicht. Wieso wird das so komisch berechnet? Das ist safe Absicht, aber wieso ist das so? Statt, dass es sich genau einfach ausgeht. Das habe ich von Tag 1 nicht verstanden, warum ich jetzt hier 75 EP verliere, sozusagen. Aber egal. So, eines Helden Weisheit sinkt jetzt auf, ne, auf nichts. Nicht auf 100.000, das dachte ich eigentlich. Und dann müssten wir, war es hier schon Level 20? Ne, oder? Genau, müssen wir jetzt drei Wünsche nur von Candice bekommen haben. Yes. Drei Wünsche, let's go. Sehr gut. Und damit ist Candice fertig. Und die fünf, die noch fehlen, sind Nahida, Sayu, Kolai, Kamisato, Ayaka und Kuki Shinobu. Die folgen dann gleich. Weiter geht's mit Sayu. Die ist schon Level 50 tatsächlich. Das heißt, hier haben wir nicht ganz so viel, was wir machen müssen. Oh, Sound ist noch nicht da. Genau, hier haben wir nicht ganz so viel, was wir machen müssen. Aber ein bisschen was geht schon noch. Und es wird immer weniger. Die Anzahl der Charaktere, die wir noch pushen müssen, nimmt stetig ab. Das ist sehr gut. Materialien sammeln dauert schon ziemlich lange. Also, das kann ich euch sagen. Also, Bossmaterialien sind natürlich am schlimmsten. Aber gut, die habe ich schon Monate im Voraus gefarmt, vor dieser Aktion sozusagen. Aber das Schlimme sind nur die zusätzlichen Materialien, die man dann einfach nicht hat. Weil man die aus Gebieten bekommt, in denen man einfach nie ist. Das ist schlimm, sage ich euch. Achso. Lassen wir sie noch fertig aufsteigen. Dann ist auch sie fertig. Und wir kriegen leider nur einen Wunsch für den ganzen Aufwand. Und als nächstes kommt Kuki Shinobu. Hier haben wir leider schon die erste Aufstiegsbelohnung bekommen. Also das erste vorbestimmte Schicksal. Aber, naja. Nichtsdestotrotz wollen wir uns die anderen beiden natürlich auch noch holen. Und dann, wie gesagt, Endspurt. Gut, haben wir nur noch zwei Charakter, stand jetzt vor uns. Aber da ich Yao Yao und Arlhafen beide nicht kriegen werde, ist es eigentlich unmöglich, dass ich hoffentlich vor Ende dieses Videos noch einen weiteren neuen Charakter bekomme, den wir dann auch wieder levinen müssten. Achso, ne, es sind noch drei. Aber meinten, es sind noch, habe ich gerade zwei gesagt? Es sind noch Ayaka, Nahida und Kolai. Aber bei Ayaka ist es tatsächlich so, da fehlen mir nur noch ein paar Sakura-Blüten. Das dauert eigentlich nicht mehr so lange. Und noch ein paar Handschutze von diesen Kairagis. Und bei den anderen beiden fehlt mir eigentlich überall nur die regionale Besonderheit. Und zwar die Handschutze, äh, nicht die Handschutze, die Lotus-Blüten und die Pilze. Aber eigentlich auch nur ganz wenig von beiden. Also eigentlich nicht so wild. Eigentlich nicht so wild. So. Und zack, Aufstieg. Damit ist Kukishinobu auch im Club voll aufgestiegen. Und wir kriegen zweimal wieder vorbestimmtes Schicksal. Let's go. So, upgraden geht weiter. Jetzt haben wir endlich Nahida auch fertig. Und nicht nur Nahida, sondern auch Kolai. Und jetzt fehlt nur noch Ayaka. Jetzt brauche ich nur noch Materialien für Ayaka. Da muss ich jetzt leider auf den Respawn warten. Also ich habe zwar nicht alle Sakura-Blüten eingesammelt, weil ich faul bin. Die komplette Sakura-Blüten-Tour zu machen, das dauert ein bisschen. Aber, ich muss sie nur noch einmal machen. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Also ich brauche es gleich noch so ungefähr 30 bis 40 Stück. Und 40 kriege ich auf meiner faulen Tour. Sozusagen echt easy zusammen. Und ja. Das heißt, in zwei Tagen kann ich das ganze Projekt hier abschließen. Und dann können wir quasi wünschen, weil ich habe dann genügend, also ich müsste genügend Wünsche hoffentlich für einen garantierten 5-Sterne-Pull haben. Und im Zuge dessen müssten wir jetzt so viel Sternenglanz bekommen, dass wir einige Wünsche kaufen können für das Aktions-Banner. Wo jetzt bald der Hu Tao-Rerun kommt, auf den ich jetzt schon seit November spare, glaube ich. Oder Dezember? Ne, November. Jetzt mal, dass ich gepolt habe, war für Nahida tatsächlich. Schon echt heftig ist. Kommt mir vor wie eine Ewigkeit, aber bei, naja, drei Monate ist eigentlich gar nicht so lang. Also ich glaube, das längste, wo ich mal nicht gepolt habe, waren, glaube ich, es gab, glaube ich, mal ein Double-Rerun und bei dem ewig langen Ayaka-Banner, das es mal gab. Also ich glaube, zumindest Double-Rerun gab es mal, wo nur ein 4-Sterne-Character, glaube ich, neu dazukam. Da habe ich, glaube ich, auch nicht gepolt. Und ja, dann bei dem ewig langen Ayaka-Banner, wo sie wegen Corona nicht weitermachen konnten. Genau. Gut, haben auf jeden Fall genug Materialien hier. Zack. Ja, zu langsam gehen meine Fähigkeitsbücher schon runter. Hat lange gedauert, aber sieht es gar nicht mehr so gut aus. Machen wir so. Machen wir den Rest noch mit denen, weil ich noch 1900. Wow. 357 hat das gekostet. Damn. Okay. Und zack. Und fertig. Und jetzt fehlt nur noch Kamisato. Ayaka. Und ich glaube, hier kriegen wir nochmal zwei Wünsche von ihr. Genau. Und ja, ich brauche insgesamt noch 60, 105, 135, 155. Also noch 31 Sakura-Blüten. Alles andere habe ich. Und genau, da warte ich jetzt quasi auf den Respawn. Und wenn wir die haben, dann müsste es eigentlich losgehen. Endlich ist der Tag gekommen, an den meine letzte Figur Kamisato Ayaka Stufe 90 erreicht und mir meine letzten Wünsche gibt. Und lustigerweise sind die Wünsche, die ich jetzt durch sie bekomme für Standardgebet, sind tatsächlich die letzten beiden, die mir fehlen, um garantiert eine 5-Sterne-Figur zu kriegen. Also ich glaube, ich habe dann 74 Wünsche, wenn mich nicht alles täuscht. Und vor den, also in den letzten 16 hatte ich meine letzte 5-Sterne-Figur. Das heißt, 16 plus 74 ist 90. Und das heißt, in diesen 74 Wünschen ist garantiert die 5-Sterne-Figur. Also genau das, was wir erreichen wollten damit. Und ja, ist quasi alles genauso sich ausgegangen, wie ich mir oder wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, hat natürlich ganz schön lange gedauert, muss man sagen. Und ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wann ich das Video angefangen habe, vor 4 Monaten oder so. Ja, ist egal. Also gehört dazu, mal ein bisschen grinden. Ich meine, ich habe mir die ganzen Figuren geholt. Und wenn man sie irgendwann mal spielen will, wenn man dann erst loslegen muss mit dem Farmen, wenn die alle schon ein gewisses Level haben, und man sich nur noch, also in Anführungszeichen nur noch, ich meine, die Artefakte sind eigentlich wesentlich schwieriger zu bekommen, aber wenn man sich dann in Anführungszeichen nur noch um die Artefakte und die Waffen kümmern muss und so, ist das doch schon deutlich besser, als wenn man noch alles vor sich hat. Und deswegen ist das ganz nice, dass wir es quasi schon abgeschlossen haben. Hat mich natürlich auch eine Menge Mora gekostet. Aber ich meine, was will ich mit, was will ich mit Charakter-EP-Büchern, wenn alle meine Charakter quasi nicht ganz auf Maximall-Level sind, aber nahezu. Was will ich da noch, oh, Moment, wir sind schon Level 80. Genau, was will ich da noch mit Fähigkeitsbüchern, brauche ich ja da nicht mehr. Äh, Erfahrungsbüchern meine ich. Also für die nächste Figur, die man bekommt, okay, aber braucht man nicht 5000 davon. Und ja, damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, nächstes Mal kommt dann unser endlich 90 Standardgebete beziehungsweise 5 Sterne Standardgebete-Figur-Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.